ja herzlich willkommen zu diesem video und in diesem video erfährst du was man unter dem sogenannten geotagging versteht und wie man da den standard zugriff bzw ordnungsdienst das heißt der speichern von gps bei android aktivieren kann und das sind zusammenhang mit der wirklich tollen app open camera und zum schluss wie immer aus meiner reihe fotografien mit dem smartphone gibt noch eine kleine praktische übungsaufgabe wie schaut das jetzt aus gps aktivieren unter android du hast die den start screen du ziehst das herunter das menü von oben mit dem finger gehst du hinauf und aktiviert dann die möglichkeit standort und diese standard aktivieren bedeutet dann dass dann gps daten das heißt daten zu seiner orts- und längenangabe wo eben dann hände sich gerade befindet dann auch gespeichert werden können ja das ist ganz notwendig wenn du nämlich ein foto macht dass das erst aktiviert wird und der android und erst dann kannst du das dann auch in einer foto app dann aktivieren und damit ich open camera durch verwenden kann muss ich das vor akt installieren von google play store open camera da werde ich sicher bald einmal eine video reihe dazu herausgeben ist gratis hat genial viele möglichkeiten ist gut kann man einfach gut damit fotografieren und kann man eben über den google play store installieren wenn es dann installiert das kannst du starten über über den start screen zum beispiel die start der open camera geht dann hinein in diese einstellungsmöglichkeit in dem fall habe ich hier das zahnrad und habe dann eine reihe von einstellungsmöglichkeiten und gehen dann weiter runter zur foto einstellungen also ich habe eine wirklich eine fülle von einstellungen aber wenn man die einmal behirnt hat kann man einiges machen aber zurückgeben zu dem was wir jetzt hier wollen im video ich möchte meine gps daten nutzen die ich vorher unter enter aktiviert habe hier foto einstellungen kommen neues menü scrollern dort wieder weiter runter ziemlich weit nach unten und kommen zu dem punkt gps stempel also suche dann bitte nach gps stempel in diesem menü und dort kann ich das dann aktivieren es wird auch hier ein hinweis gegeben was dann eben dadurch dann möglich ist sicherlich auch gewissermaßen ein warnhinweis natürlich wenn du ein foto machst und du reichst es dann weiter werden damit in diesem foto in dieser datei dann auch die gps daten gespeichert jemand anderer kann sehen die besprechen wo dieses foto danach aufgenommen wurde und wenn er dann sehen möchte ist und du hast einer foto hier dann mit open camera gemacht du möchtest es dir dann anzeigen lassen wo du nämlich dann dementsprechend warst dann kannst du hier in die galerie gehen wie immer wie auch von anderen apps auskastiert an die drei punkte wieder wählen und der android eigenschaften anzeigen lassen dann haben wir wieder die details und dann habe ich hier auf dieser seite die ich dann hier eingeblendet bekommen dann auch dementsprechend dann auch zum beispiel sogar eine karte der man dann aus der man gut entnehmen kann wo dieses foto aufgenommen wurde ich kann dann auch hinein herauszummen und sie dann den größeren zusammenhang wo ich zum beispiel ein urlaubsfoto gemacht habe da kann das ganz praktisch sein also überlegt wo du es einsetzen möchte ist ein geschickte möglichkeit wäre um zum beispiel die fotos die wir gemacht auch später dann zuzuordnen zu orten ja und vorhin schon angekündigt dann dementsprechend die aufgabe geotagung aktivieren auf deinem android gerät macht dann ein foto in dem fall hier wenn du open camera verwendest mit open camera und lasst dir dann die aufnahmedaten dann anzeigen sprich wo hast du dieses foto aufgenommen also wir brauchen du brauchst hier also nur ein foto um all das was du hier jetzt kennengelernt hast einmal dann wieder wiederholen zu können und anwenden zu können danke für deine aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich wieder bei einem anderen wieder aus meiner reihe fotografieren mit dem smartphone bis zum nächsten mal